Herzlich Willkommen auf der Karte auf dem Marsch. Wir sind gerade bei Sommerholzein, kurz nach Schachung im Umblick für unsere andere Arbeiten, für allen Tiere. Eigentlich ist für alle zu kalt, Vorsache Gras. Wetter, sagt er jetzt an, zunehmend wärmer ist das gut. Tiere, denen geht's gut. Ansonsten die ersten Tiere schwanger, Schweine ebenfalls denke ich mal und nächstes Jahr 0,3. Also wir werden noch Holz machen und weiterhin die Sachen in Auge behalten. Ich hab vor mir jetzt noch ein Filz zu kaufen, am besten mit vor Emissionen Aussaat Mais. Alles. Dazu. Ja, das war so nicht geplant. So. Das war so schön, ne? Na ja gut. Genial, das ist erstmal. Vielleicht lahm wir wieder ab, mal sehen. Ah, aber die Falle doch mal in die Richtung, wie es soll. Also mal schön Dank an alle, die mal eingeschaut haben. Auch mal geliked haben. Dankeschön. Nicht wundern, dass ich immer nach sieben Tagen reagiere im Video. Weil ich alle sieben Tage aufnehme, ungefähr. In einem Stück ungefähr sieben Folgen, also genau sieben Folgen. Das lässt sich einfach besser planen. Auch ein Stück bearbeiten. Im Ganzen daher. Das macht sich aber leichter. Ein Tag mache ich die Marsch und ein Tag mache ich die Dürrenkarte. Da ich denke mal jeder hat einen anderen Geschmack hat. Und versuche ich natürlich jeden recht zu machen. Was natürlich überhaupt nicht funktionieren könnte normalerweise, aber ich denke mal das klappt schon irgendwie. Jetzt fahren wir zu unserem Sägewerk und liefern das Holz ab. Oder riecht noch was, dann nehmen wir gleich mit. Das passt noch auf. Schau mal an Mission, was das machen haben. Wir haben viel Geld. Ja, Mission, Mission, Mission. Sehen auf Feld 4. Was möchtet ihr gerne haben? Ach, der Chef möchte gerne Gerste haben. Ja. Jetzt haben wir das heute noch geschaffen. Gut, dann kriegt der Gerste. Das machen wir gleich. Dann gehen wir zu unserem Hof. An die zurück zu setzen. Einsteigen. Wo haben wir denn unsere Maschinen? Ja. Muss gepflügt werden. Nee, nix. Ja, da haben wir einige Maschinen. Nehmen wir den rechts. Das ist im Grunde egal. Die haben die Leisten dafür. Ganz entscheidend. Repariert. Der Takt ist noch feuch genug. Die Leism sondern ferm den boden entsprechend anfassen der war sogar nicht, der erste wurde gezeigt der erste, fünf, vier ah, da fahren wir noch selbe laut ziel sind noch nicht zu kalt aber ich denke mal, der ist normalerweise perfekt, ziemlich von alleine wenn der boden feucht genug ist das geht schon ich muss mal schauen, ob der Wiesel schon ausgedüngt ist dann fahren wir zu unserem ja, Feldviel müsste hier um die Ecke sein ja, hier haben wir eine Zufahrt passt das kann eine Maschine machen, das ist gut reicht aus, Hauptsache bis heute Nacht ist fertig wenn der Wachstum durchgeht oder mach ich zwei Maschinen mach zwei Maschinen dann hätte ich mir schon vorenscheiden müssen dann wäre das schon angefangen die äußere Maschine ja, da oben nicht voll können wir ja gleich ein auf Gerste und dann gleich voll machen tanken werden muss nicht ja das ist falsch, das wird nicht gut sein konzentration ... düngefunktionen deaktiviert der chef zahlt nur außer keine dünge dann machen wir extra viel extra geld so jetzt stellt auch unsere lage er glaube schön bezahlen und dann kaum wir können das können gas gegen gas gas hier muss noch ein schweinestall hin für unsere ferkel die kommen extra und die kommen dann zum schlachthof den wir noch bauen müssen so machen wir Cosplay für zwei Fahrzeuge links herum gleiches Vorgewände geht schon richtig ungewohnt hier leer ist also kann jeder machen was er möchte das ist nur richtig natürlich kann man es kein recht machen das ist halt so ne so der ist da jetzt beginnen wir den hier erst mal Düngefunktion ausschalten dann machen wir Kurzgenerierung Köln vier Vorgewände machen wir zwei zwei Fahrzeuge 15 Meter passt reicht auf beginnt auf Vorgewände Bahn ja das passt kurz berechnen lassen da muss kein Traktor dann muss ich fertig sein der ist gerechnet dann kurz hier mal schauen aktiviert 100 Meter könnte an sie starten der immer links sein links deswegen weiß ich warum aber im Job am besten der gleiche natürlich wenn wir hier kopieren 18 Meter das muss das schon sein dann am ersten Punkt Düngefunktion deaktiviert verwandeln aktivieren und du musst da rechter sein rechte ja passt und versatz halte ich nicht das ist nicht gut bitte auf 0 oder auf strich gut gut und hinterher kurz überwachen und es klappt sollte eigentlich immer nichts mehr sehen haben hier ist es auch richtig bitte pünktlich zahlen ja na ja auch viel sind um 19 hektar knapp eine halbe stunde gut dann werden wir mal schauen nach unserem düngestatus der sollte warten weil da muss man bedünft werden muss wachsen aber alles dann gehen wir zu unserem lkw und fahren das holz mal zum unseren segelwerk versuchen wir ein bisschen geld zu verdienen später kaufen und dann sprechen die felder zu vielleicht kommt man irgendwann eine günstige mission wie man Mais machen soll ich glaube ein Wunsch machen Mais muss Gas geben Zeit da haben wir Glück gehabt ich habe es schon mal geschafft und dann haben wir uns festgefahren und das wird weniger lustig so mal schauen wir mal bis da vorbei gefahren oder schlecht dann fahren wir da hinten rein hier können wir auch noch ein bisschen bearbeiten hier können wir auch noch ein bisschen bearbeiten aber ich hole noch ein paar Produktionen hin also wir müssen noch ein paar her fahren müssen wir noch her dann müssen wir von Bäume fällen ein bisschen weit weg da fallen hier alle rein da gehen die Stämme mehr rein optisch gesehen wo man sieht oben links bei der Lampe über der Lampe hier liegen ein paar Holzbalken die werden dann mehr wenn man Holz rein wirft also das wird optisch dargestellt dass Holz da ist das ist gut so schnell zurück zu unserem kleinen Wald wir müssen da noch ein paar Bäume fällen und ja wir brauchen mehr Paletten das ist ja das was ein bisschen Geld bringt ne also Paletten und die Mission das muss man sehen dass wir heute den Tag umkriegen dass wir morgen eigentlich viel düngen können ne eigentlich zur Not kaufen uns halt noch ein paar Düngermaschinen und äh ja Faktoren und sehen und dann können wir das voll durchziehen also Lohnzahlung plus Lohn naja das ist aber jetzt auch schon komisch aber wahrscheinlich naja die sind ein bisschen gefahren sind die ja schon hätte man schon ein bisschen zahlen müssen aber Null gefällt mir so da sind wir aber wir müssen ein paar Bäume fällen da ist auch nichts hier stehen noch genug rum oh Ballons fliegen umher Heißluftballons sind wir unter Beobachtung wär auch egal ne so auch schon nächsten Baum ja das wäre ja interessant wenn das hier entsprechend alles so wäre ne im Prinzip Menü fehlt irgendwie für Länge jetzt kriegen wir mal eine Länge ne sollt ihr eigentlich gut eingeschaltet sein ah das passt schon hauptsache nicht ein Meter muss man da wieder ausmachen der einen Block ging mal gleich gucken da hat er gewartet da hat er gewartet da fahrt er denn so schnell da fahrt er denn so schnell drinnen kann er fahren denn so schnell wer weiß was noch nicht heute in der Landwirtschaft hat es heute gewesen sein danke fürs reinschauen seid mal schüße wegen hingehen schau bei dem muss man wieder tschüss